So, nachdem ich auch ein paar PNs noch bekommen habe, dass das gar nicht so schlimm war mit diesen kleinen Boostern. Ich habe noch einen kleinen Schwung gefunden und jetzt gucken wir uns mal hier das War of the Sparks Standard Showdown Pack da an. Wir haben einmal Spit Flames. Für 4 Mana instant. Nur eine Kreatur kriegt 4 damage. Wenn man einen Drachen kontrolliert, kann man ein rotes bezahlen, um den Friedhofzug auf die Hand zu nehmen. Das ist gut. Das ist eine gute Karte. Uff. Ich wusste gar nicht, dass 2019 eine gute Karte drin hat. Dann haben wir Raktos the Showstomper. Alles klar. 6 Mana, 6,6 Fliegen, Trampel und wenn er ins Spielfeld kommt, wirft eine Münze für jede Kreatur, die kein Dämon, Devil oder Imp ist. Und jede Kreatur, wo man Zahl wirft, wird zerstört. Wow. Okay. Witzig. Witzig. Dann haben wir die Planes. Das hat Zeus Planes und Ixalan Binding. 4 Mana Enchantment. Wenn er ins Spielfeld kommt, exiliert man nicht landpermanent, dass sein Gegner kontrolliert, solange das Ding ist. Und der Gegner kann nicht welche mit demselben Namen spielen. Das ist für Commander bestimmt ganz gut. Hm. Ja. 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 Das sind die kleinen Booster. Die gehen meistens nur so 1 Minute 30. Und das mit dem Raktos finde ich witzig. Das ist sogar eine Musik. Okay. Gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Einen Blackseat. Ciao, ciao.